Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum ersten Video zum Hashtag Restart. Ja, ich habe mich erholt von dem Datenverlust und habe in den letzten guten zwei Wochen die Rhein-Ruhr-Karte wieder einigermaßen aufgebaut. Es sind noch offene Baustellen da auf jeden Fall, aber das Ergebnis gefällt mir jetzt schon besser als das vorige. Okay, muss ich wirklich sagen, ich habe es irgendwie besser umsetzen können, fragt mich nicht wie, ich weiß es nämlich selber nicht. Vor allem habe ich jetzt das Gefühl, dass ich jetzt in den jetzigen zwei Wochen mehr gebaut habe als in den letzten zwei Monaten. Also in den zwei Monaten, bevor ich den Datenverlust erlitten habe. Das heißt, irgendwie geht es jetzt schneller. Ich kann euch aber auch nicht sagen, warum. Es ist einfach so. Genau, wir sind in Düsseldorf Hauptbahnhof und ich würde einfach mal sagen, wir beginnen den kleinen Rundflug hier, gehen dann Richtung Süden und gehen dann einen kleinen Sprung Richtung Duisburg. Denn dort ist gerade eine offene Baustelle. Genau, aber alles Weitere seht ihr natürlich im Video. Hier in Düsseldorf Hauptbahnhof hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich muss hier oben, wenn ich jetzt mal hier das Overlay anmache, 73 Meldungen und das sind alles Meldungen von den Linien, denn ich habe bislang noch keine Linie umgeändert. Die sind alle noch alt. Ich habe ja in der Zwischenzeit schon fünfmal den ganzen Linienplan umgeändert. Ich habe umgestellt auf den Winterfahrplan 18, 19. Das ist ja da gar nicht mit drin, weil das Safecam ist ja von Mitte November 18. Das heißt, da wurden die ganzen Änderungen noch nicht gemacht. Das wird aber alles noch gemacht, wenn die ganzen Baustellen fertig sind. So, schauen wir mal hier Richtung Süden. Da hat dann eigentlich der Neubau ab der S-Bahn-Station hier begonnen. Hier wurden die Gleise neu gelegt, hier wurden die Signale an die Realität angepasst und allgemein wurden hier viele Änderungen getätigt. Unter anderem auch hier der Abzweig wurde neu gemacht, die Kurve geht jetzt ein bisschen weiter. Hier sieht man noch die alte Strecke. Einfach ein bisschen an der Realität angesetzt. Dann haben wir hier Düsseldorf-Eller-Süd. Gehen dann weiter Richtung Düsseldorf-Reisholz. Und dieses Mal wurde ja wirklich darauf geachtet, wie die Bahnhöfe aussehen. Hier sieht man zum Beispiel noch alte Bahnsteige rumstehen. Die habe ich natürlich mit reingebaut, weil sonst wäre es ja natürlich kein Nachbau. Durch die ganzen Kartenzehrungen sind natürlich die Bahnsteige zur Proportion nicht ganz so richtig. Denn normalerweise würde der Bahnsteig etwa so bis hier gehen. Also Hälfte ist neu, Hälfte ist alt. Kann ich halt leider hier nicht realisieren, weil wie gesagt die Kartenzehrung nicht stimmt. Dann geht es hier weiter auf der Hauptstrecke. Da will der ICE gerade wechseln. Ist aber falsch. Und wie gesagt, ich habe mich bemüht, Führerstandsmitfahrten zu finden, wo ich die Original-Signale sehe. Das heißt, alles ist hier selbstverständlich wie im Original, so gut es geht, nachgebaut. Dann haben wir hier Düsseldorf-Benrad und dann hört die Karte auch schon auf. Hier geht es dann in meinen unterirdischen Zugspeicher. Und wie wir schon sehen, hier auf der östlichen Hauptstrecke hat sich auch schon einiges getan. Wer sich noch daran erinnert, hier unten war mal Obladen. Das habe ich damals gesagt. Ich möchte gerne noch einen Bahnhof drin haben, damit es einfach ein gescheiter Kartenabschluss ist. Habe ich alles umgeändert, denn es ist natürlich in der Realität nicht so. Also wenn ich mich noch richtig erinnere, war Solingen irgendwo hier gelegen. Und dann war halt Obladen hier unten. Und alles zwischendrin wurde halt so gestaucht, dass es einigermaßen gut aussieht. Das ist es natürlich jetzt nicht mehr. Es ist mehr an der Realität angelegt. Ich habe genau den Fluss hier verfolgt und habe dann gesagt, hier ist Schnitt. Genau hier würde jetzt Leichlingen anfangen. Was nicht ganz stimmt, ist hier vorne die Hauptstrecke. Benrad würde normalerweise irgendwo hier oben sein und dann würde hier schon der nächste Hals sein. Da muss sich ein bisschen strecken, aber das Ganze wird dann auf der Leverkusener Karte natürlich nachgeholt. Dann haben wir hier noch die Güterbahn. Die fährt einfach zwischen diesen zwei Hauptstrecken durch. Die ist ja früher dann hier rüber gegangen nach Obladen und sind dann ja gemeinsam in den unterirdischen Zugspeicher reingegangen. Genau, so sieht es mal aus, wer das wissen will. Die unterirdischen Zugspeicher, die Zugspeicher für die Güterzüge sind natürlich auf die Maximallänge von 750 Meter ausgelegt. Alles andere ist natürlich auf 400 Meter ausgelegt. Und diese Zwischensignale sind dafür da, weil auf den Regionallinien fahren ja mehr als ein oder fahren oft zwei Züge. Und da ich die Züge ja bestimmt 30, 40 Minuten hier drin unten stehen lasse, dass der zweite von hinten anfahren kann und mir nicht hier vorne stehen bleibt und den ganzen Zugfluss behindert. Das ist der ganze Sinn dahinter. Falls euch das interessiert, wisst das jetzt. Dann habe ich natürlich die komplette Strecke der S7 anpassen müssen. Die lief vorher hier oben, wenn man das richtig sieht. Ja, genau hier. Das heißt, Zolingen Hauptbahnhof war hier. Ja, genau. Und der ist deutlich nach unten gewandert. Er wurde auch viel mehr an der Realität jetzt angesetzt. Wir haben hier noch diese kleinen Abstellgleise hier drin. Genau, das Gebäude habe ich einfach mal hinplatziert, weil das in etwa die Größe hat, wie es in der Realität auch ist. Das ist natürlich der Düsseldorfer, aber das wird natürlich noch geändert. Genau, hier bei der S7 wurde natürlich auch darauf geachtet, dass alles stimmt. Hier das alte Überwerfungsbauwerk ist natürlich mit drin. Der Streckenverlauf sehr gut angelegt und was ich bislang auch noch nicht gesehen habe, ist hier der unterirdische, oder besser gesagt, hier der kleine Tunnel, wo oben drüber Solingen verläuft. Genau, wie gesagt, alles mehr an der Realität angelegt. Der Streckenverlauf, auch die Weichen. Hier ist eine alte Weiche, da ist eine neue Weiche. Alles auf Google Earth angeschaut und nachgebaut. Dann, bislang geht der Streckenverlauf nur kurz hinter der Münsterner Brücke. Das ist natürlich jetzt noch die Schnellfahrbrücke von Merck, denn dafür gibt es noch kein richtiges Model. Da warte ich aktuell noch auf einen Mod, der vielleicht rauskommen sollte. Lassen wir uns einfach mal überraschen, aber ich denke, der Mod bringt es erstmal auch. Hier habe ich dann aufgehört, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf hatte. Ich wollte was anderes bauen. Aber der Streckenverlauf wird hier auch noch, ich denke mal, komplett neu gemacht. Denn wie wir hier sehen, hier ist überall noch alter Bahnhof drin. Ich kann ja mittlerweile viel detaillierter mit den Asset-Bahnhöfen bauen. Ich denke, dass der ganze Streckenverlauf nochmal abgeändert wird. Aber das lassen wir mal auf uns zukommen. Dann wurde natürlich die Hauptstrecke hier oben nach Hahn-Kruiten gemacht. Was ich sehe, ich habe hier immer noch... Nein, Hahn ist dran. Alles klar. Dann wurde natürlich hier die obere Hauptstrecke angepasst bis Wuppertal-Vorwinkel. Hier hat der Ausbau, besser gesagt, der Wiederaufbau begonnen. Denn hier war noch der alte Bahnhof drin. Und da habe ich gesagt, okay, ab hier wird neu gebaut. Und im Grunde war das Ganze hier eine Woche Arbeit. Okay, nicht ganz. Ich war am Montagabend fertig. Und da habe ich mich schon gewundert, dass es so schnell geht. Weil ich weiß, letztes Mal hat der Umbau sehr viel länger gedauert. Und ich war von mir, muss ich ehrlich sagen, positiv überrascht. Was ich mir auch noch ans Herz gelegt habe, dass ich den Streckenverlauf der S9 mal irgendwie nachstelle. Weil, falls ihr selber Lokführer oder wenn ihr Lokführer kennt, die im Ruhrgebiet fahren, zum Beispiel oder beispielsweise auch auf den S-Bahn strecken, weil davon gibt es wirklich wenig Führerstandsmitfahrten auf YouTube, dann bitte, bitte, bitte schreibt mir. Besser gesagt, fragt mal euren Freund oder den Bekannten oder sonst irgendwas, ob er ein Video für ein Transportführer-Projekt erstellen kann. Weil ich habe bislang noch keine einzige Mitfahrt über die ländliche S9 hier gesehen. Das ist sehr traurig, muss ich ehrlich sagen. Es gibt Strecken, die sind dutzend Mal aufgenommen. Aber es fehlen immer wieder Strecken. Und es wäre echt cool, wenn ihr da Leute kennt, die sowas machen würden. Natürlich auch gegen Entlohnung. Genau, hier hat sich jetzt nicht viel geändert. Und wo ich gerade dabei bin, ja nicht wundern. Ich habe die Ruhr deutlich, deutlich kleiner gemacht, weil die ist viel zu groß. Also wenn ich es etwa nachgestellt habe, das ist in etwa die Größe zu dem Verhältnis der Strecken hier. Wenn wir hier sehen, das ist jetzt vielleicht nur noch 10% vom vorherigen. Und da kann man natürlich auch viel mehr machen. Man muss nicht so eine riesen Brücke machen, wo man natürlich auch eingeschränkt ist. Weil auf der Brücke kann man nicht gescheit solche Abzweigungen hier machen oder Weichen setzen. Oder hier diese Abstände zwischen den zwei Gleispaaren machen. Es ist alles ein bisschen komplizierter auf der Brücke. Und deshalb bin ich froh, dass man mittlerweile diese Flüsse kleiner machen kann. Genau, hier oben wird dann noch angepasst. Das heißt, alle Flüsse werden nach und nach angepasst. Auch hier oben. Der Fluss ist natürlich nicht direkt an Oberhausen West. Ist natürlich klar. Und wo ich gerade dabei bin, das ist die offene Baustelle gerade, ist Oberhausen neu zu bauen. Wir sehen hier schon die neue Einfahrt. Das wird natürlich noch hier umgeändert. Wer sich wundert, ja, ich baue immer so. Ich baue immer erst alles flach und dann wird nacheinander erhöht. Das ist viel besser, weil so kann ich genau sagen, dass dieses Gleis parallel zu dem liegt. Und wenn ich das nachher erhöhe, dann liegt es ja immer noch parallel. Weil würde ich jetzt von hier anfangen, würde diese Höhe hier weiterziehen, dann kann ich ja nicht genau sagen hier, oder ich wüsste jetzt nicht, wie weit ich das Gleis ziehen muss, damit die Gleise genau parallel sind. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Tipps und Tricks haben möchtet, könnt ihr gerne noch das Infovideo anschauen. Dann ist noch die komplette Hauptstrecke durch das Ruhrgebiet neu gekommen. Wir haben hier Essen, ach Quatsch, wir haben hier Mülheim-Stürum. Was neu dazugekommen ist, was mich sehr freut, ist Mülheim-Wescht. Mülheim-Wescht. Ja, genau. Mülheim-Wescht. Dann haben wir hier Mülheim-Hauptbahnhof. Dann geht es hier über die Hauptstrecke Richtung... Ja, der Bahnhof ist auch neu, deshalb kenne ich die Namen noch gar nicht. Das ist dann Essen-Frohenhausen. Dann haben wir hier auch wieder Essen-West, der auch wieder neu ist. Wer sich noch daran erinnert, früher war hier ein Bahnhof drin. Das lag einfach daran, weil ich noch nicht richtig gebaut habe, muss ich ehrlich sagen. Der Streckenverlauf wurde um einiges umgeändert. Wenn ich mich noch recht erinnere, der alte verlief so... Und das stimmt halt einfach nicht. Und wenn wir jetzt schauen, die alte Strecke von der S9 bzw. von der RE14 kam hier rein. Also da sieht man ja schon, dass das komplett falsch ist. Die neue wird hier weggehen und dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Spiel. Und dann wird das alles ein bisschen realistischer sein. Essen-Hauptbahnhof war natürlich dann die nächste Baustelle. Da bin ich auch noch nicht ganz fertig. Da fehlen hier oben noch die S-Bahn-Stumpfgleise. Aber ansonsten ist dieser Bahnhof schon fertig umgebaut. Ich habe mich nun entschieden, hier unsichtbare Brücken hinzusetzen und die dann mit der Mod-Box von Joe Freed zu gestalten. Denn ich hatte hier vorher normale Brücken drin und dadurch musste ich mit dem unteren Gleis, damit es sich mit dem Model nicht kollidiert, musste ich viel weiter runtergraben in die Tiefe. Dadurch komme ich viel später hier oben raus und das gibt mir dann Probleme mit den Weichenkreuzungen. Wie wir hier sehen, hier ist noch sehr, sehr viel Abstand. und hier nicht mehr. Das wurde schon umgeändert. Upsa. Dies seid ihr noch nicht. Also ihr seht, was ich meine. Wenn ich das jetzt um einen Meter hochsetzen kann, dann ist hier der Scheitelpunkt ist dann nicht hier, sondern weiter vorne und ich kann hier die Weichen mehr rausziehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Genau, dann wurde hier hinten bei Dortmund die Güterumfahrung hingesetzt. Dann sind wir hier bei Dortmund-Oberewing und ja, das ist sehr lustig, weil die Karte hört kurz vor dem Überwurf auf. Habe ich gedacht, scheiße, wie stellst du das jetzt gescheit nach? Dann habe ich mich entschieden, den Überwurf außerhalb der Map zu machen und dann halt irgendwie die Schienen in den Untergrund zu kriegen. das war ein bisschen lustig, muss ich sagen, weil der Bau war nicht ganz einfach, aber es ist geglückt. Hier muss noch ein bisschen angeschlossen werden. Ich weiß nicht, warum ich da aufgehört habe. Fragt mich bitte nicht. Ansonsten ist noch nicht viel hinzugekommen. Es ist ja einiges schon umgebaut. Eine weitere Großbaustelle wird natürlich dann nochmal Wanne Eickel sein und Gladbeck hier oben komplett neu machen mit Bottrop Süd oder Bottrop Ost. Ne, Bottrop Süd ist genau. Bottrop Ost wäre das dann. Das wäre dann die nächste Baustelle und dann brauche ich mit Sicherheit noch eine Woche, um die ganzen Linien anzupassen, denn ich muss nochmal Wikipedia durchschauen. Ich muss das nochmal vergleichen mit meinen Aufschrieben. Das dauert schon einen Abend. Und dann die ganzen Linien umändern, denn es ist sehr viel zu machen. Es sind noch neue Linien anzulegen. Das dauert mit Sicherheit zwei, drei Tage. Aber ja, soweit ist ja der Wiederaufbau geglückt. Und ich hoffe, ihr seid immer noch bei dem Projekt mit dabei. Und ich freue mich mega. Es macht mir so viel Spaß, gerade in letzter Zeit Transportfever, besser gesagt, Rhein-Ruhr zu spielen. Ich muss ehrlich gestehen, Köln ist noch nicht weitergekommen. Aber da gibt es auch nochmal eine kleine Umfrage in dem Infovideo. Also schaltet da auch für jeden Fall auch nochmal rein. Ansonsten würde ich mich verabschieden. Und wer das Video am Montag schaut, um 17 Uhr ist Livestream. Da könnt ihr gerne reinschalten. Der Hashtag RestartStream. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020